Moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Abend. Möchte ich euch natürlich nicht lange auf die Folter spannen. Wir werden... Äh... Der einen kann grad mal helfen. So. Ach du Heil... So, raus hier. Die Story-Mission machen wir noch nicht. Was haben wir ja gesagt? Ach du Heilige, nein. Äh, Gott. Alter. Den hat's echt weggehauen. Aua. Aua. Oh mein Gott. Dem hab ich richtig wehgetan. Im Müll rumwöhnen, hat sie gesagt. Das hab ich mir ja schon gedacht, ey. Okay, warte mal. Hier, nimm den. Nimm den Kaffeebecher. Ich will mal das Baby ausprobieren. Krieg ich das Baby wieder? Ja. Hier ist ne Babyborn. Für dich. Ähm. Leute. Lasst mich doch jetzt mal in Ruhe. Okay. Hör auf. Da ist noch ein Müllhaufen. Weg. Kann's sagen, Alter. War kurz sagt doch am Ende, nö. Daumen nach Hamburger. Gut. Dann geht's zum nächsten. Dwayne, komm hoch. Wow. Das war jetzt nicht nötig, aber okay. Sieht voll schön hier aus. Ah, hier waren wir doch. Na. Ja. Perfekt. Dwayne, du weißt, wie du runterkommst. Und los hier. Okay. Komm schon. Ja. Uh. Aha. Da springt er in die Luft. Super. Alter. In der Nacht sind ja echt viele hier, ey. Ich brauch was zum Schießen. Nein. Nichts gefunden. Okay. Ha. Mein Kollege hat's geschafft, natürlich zu uns zu kommen. Wir müssen schneller sein. Dwayne, rauf mit dir. Ah, mein Gott, Alter. Immer diese bewaffneten Zombies, Alter. Wie geht das? Sagt mir das, bitte. Hier ist ein tragisches Ende geschehen. Ich weiß nicht mal, wie man die, äh, aufdecken kann. So. So. Drei Stück hab ich noch. So. Raus hier. Schnell zur Seite. So. So. Und durch hier. Okay, hier haben wir welche. Alter Schwede. Da ist was. Wir haben... Hier, nimm deine Batterie, komm. Hier, nimm's. Natürlich gehen wir weiter. Schnell, 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 schnell. Ich will heute noch ein Psycho machen. Oho. Alter. Oho. Oho. So, Säurebaby könnt ihr behalten. Ja, komm jetzt. Oho. 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 Okay. Bitte, lass mich jetzt endlich zum Müll. Vier Tage noch. Oh, bitte. Verdächtig. Wir müssen uns unbedingt beeilen. Ich muss jede Sache, einzeln, alles, alles finden. Oh. Ich bin eh schon so ein gestresster Mensch, ey. Und dann wirst du vom Spiel noch so gehetzt, Alter. Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Dwayne. Perfekt. Dwayne ist ein guter Mann, muss man sagen. Gefällt mir genauso gut wie Candy. Selbst Candy hat's mit Massagegerät hingekriegt, noch uns zu beschützen. Aha. Oh ja. Da ist es. Weg mit dir. Wir haben's. Die drei seltsamen Dokumente. Komm rein. Dwayne. 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 Super. Oh ja. Wir sind richtig schnell und richtig zack unterwegs. Nur mit einem Lambo. Vielleicht können wir das Ding hier umfahren. Sollte ja möglich sein. Ich will da nicht immer durch diese ganze Zombiemenge durch, ey. 7.000 haben wir schon geknackt, Alter. Donut. Oh. Äh. Ja. Ja. Ich hätte gerne ein Auto. Oh, da ist ja eins. Komm rein. Kollege. Äh. Die wissen schon, ich wollte gerade sagen, da ist eine Tankstelle und da müsst ihr vielleicht ein bisschen aufpassen mit euren Gewehren. So. Hä? Ah, ich vollidiot. Ich bin an ihr vorbeigefahren. Ah, so blöd bin ich. Ich bin echt blöd. Ich muss dich warnen, Mann. So. Schnell. Das ist egal mit tragischen Ereignissen. Komm schon. Schnell. Run. Run. Hey Mann, langsam. Nee. Wir müssen weiter. Warum die Eisen? Weil die Zeit abläuft, weil vielleicht nach sechs Tagen hier dicht ist und wir haben schon viel davon verbraucht. Netzt das Wasser? Oh, Kopfschmerz-Tabletten. Erstmal nehmen, ey. Und runterspülen. Nicht mit dem Laptop. Nicht wer, sondern was? Aliens. Echte, grüne, froschheugige, großköpfige Aliens. Die Zombies sind die erste Welle. Sie lügen, unterdrücken die Massen und greifen an. Schalt mal einen Gang runter. Was hier vor sich geht, hat nichts mit Aliens zu tun. Sieh dich doch mal um. Schön. Lass die Scheuklappen auf. Es gibt eine Verschwörung. Die Beweise mögen weg sein, aber ich finde die Wahrheit woanders. Nicht mit uns zum Glück. Nicht mit uns zum Glück. Attributspunkte. Oh, wir haben fast das nächste. Ich freue mich einfach, umso mehr Platz wir haben. Umso schöner haben wir es dann. Ähm, das nächste, das Yoga-Studio. Das Yoga-Studio ist ja in der Nähe. So. Wir müssen sowieso wieder durch die Zombie-Masse. Es ist kürzer. Ähm, was nehme ich da? Ja, ich nehme den Hammer. Alter Schwede, komm. Oh, und? Aha. Trotz, dass ich den Hammer habe, hat er diese Attacke nicht gemacht. Einfach aus dem Grund, weil es wahrscheinlich nichts gebracht hätte. So, rüber, 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 rüber. Ah, ah. Hilfe. Nein. SUV. Rein. Rein. Dwayne. Komm rein. Äh. Endlich. Dankeschön. Eieiei, wir wollen ins Yoga-Studio. Und das schnell. Nein. Ich hole einen Lambo. Ich... Ah. Hier geht alles in die Luft. Und vor allem, ich kann nicht mal 5 Meter fahren. Weil ich durch so viele Zombie-Massen muss. Ach. Häng dich doch hinten drauf. Ist doch egal. Ja, Mann. So. Bevor wir da durch die fetten Zombie-Massen gehen, machen wir das lieber so. Und? Hier ist es schon. Ähm. Ah, hier kann ich hoch. So, Dwayne, komm. Wir müssen da hoch. Du musst mir helfen. Danach hast du dir auch dein Essen verdient. Da ist ein Gäste. Da ist ein Gäste. Frank. Da liegen Tote. Und ich blende mich mal aus. Was kommt jetzt? Ähm. 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 Äh. Äh. Entschuldigung, Miss. Ich bin Clary. Ich bin Clary. Mit zwei I's. Und ich werde mir meine verdiente Miss Gigantic California Trophäe holen. Nicht und niemand. Gott. Gott. Okay, Herr Pflug, der Wettbewerb wurde wahrscheinlich abgesagt wegen dieses, dieses Zombie-Ausbruchs. Boah, siehst du toll aus. Weißt du das, du Sieger-Typ? Also, du bist in der Tat gigantisch, Alter. Ah, nicht Alter, eine Lady. Nein, du wirst mich nicht schlagen. Ich bin Miss Gigantic California. Äh. Hilfe. Hilfe. Deine Muskeln. Hilfe. Alter. Was ist das für ein Name? Jerry. Und das ist für eine Frau. Also, nein. Ich, ich. Oh. Oh. Hey. Ja. 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 Hau. Drauf. Hau. Drauf. Komm schon. Aua. Hau. 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 Ich muss mich mehr an das Ausweich mal dran setzen. Alter, eine Handtischscheibe. Du bist eine sehr starke Lady. Also, dass er da noch, Alter, sagt es echt dumm. Au. Oh Gott. Das ging in meine Nüsse. Du hast mich auch시간 Cynthia. Du hast mich nicht zu leise. Au. Du hast mich nicht zu leise. Das ging in meine Nüsse. Au. Au. Du haare quoi. Raute. Du hast mich nicht zu leise. Hopp! Äh... Alter! Vielleicht ist das ein Vorurteil... Nein! Ja! Ey, das bringt mal was, das Ding, ey. Komm schon! Nein! Aua! Aua! Oh! Oh! Ich brauche... Ich brauche die Wasserflasche, schnell! Alter, mach die mich fertig! Ich habe nur noch das! Oh! Oh! Scheiße! Alter, Jerry, ey! Ich will sie auch nicht! Aua! Warte! Ich brauche den! Mit dem kann ich noch schlagen! Ja! 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 Weg mit dir! aua alter die gibt mir richtig die ist richtig schwer ohne witz ja das war's mit dir jerry mit zwei er weniger steroide beim nächsten mal alter sie in den spiegel erfolgreich gemeistert natürlich haben wir alles verloren an waffen was es nur gibt aber neue möglichkeiten um uns selber ein bisschen ein körper hier natürlich hier so ein bisschen wir sind eigentlich ziemlich gut ja wir haben dich fertig gemacht jerry hast du nicht gedacht hochmütig das war's auf jeden fall kollegin damen yoga hofer teil es fängt schon wieder an ach du heilige ich glaube es nicht oh warte mal warte mal ich habe ich habe voll vergessen meine güte hier nein warum soll was macht ihr eigentlich nein behalt deine shotgun hier die kaffeesahne dass du was trinken kannst man dann hier kaffee so energy drinks so dass es dir wieder besser geht nimmt das hast du dir verdient auf jeden fall nachdem wir mit jerry da fett gekämpft haben dann kannst du noch einen fetten burrito zum snacken gönnen hier ja meine lieben wir sehen uns erst wieder in der nächsten folge danke fürs zuschauen auf jeden fall ich würde mich freuen über ein like und abo natürlich und ja da muss man schon sagen der kampfer ist gerade nicht ohne ich hatte doppeltes leben und ja ich habe noch dienst ich weiß deswegen bis dann ciao